Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play von Hero Zero. Ich bin wieder euer Schlüpperstürmer und bin hier am Start, um euch die Neuigkeiten des Games bzw. auch meines Lebens ein bisschen vorzustellen. Es ist jetzt schon wieder 4 Tage und ein Monat her, dass mein letztes Let's Play auf meinem Kanal kam, wofür ich mich erneut entschuldige, aber es gibt Neuigkeiten. Denn am Dienstag, also heute in 2 Tagen, folgt Server 10. Endlich ist es soweit, Server 10, der Jubiläumserver, wie man ihn so schön nennt. Da es 10, nicht 10 Jahre Hero Zero gibt, aber schon der 10. Server von Hero Zero am Start ist, startet. Ja, wann genau, kann man wieder nicht genau sagen. Vielleicht um 9, vielleicht um 10, vielleicht um 11. Irgendwie so in der Drehe wird er wahrscheinlich an den Start gehen und ich bin wieder für euch dabei. In welcher Art könnt ihr entscheiden? Denn, ich bin am Überlegen, einen Livestream zu machen, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Server 9 habe ich komplett ausgelassen, da war ich nicht mehr beim Serverstart dabei. Server 8 habe ich mitgemacht, aber ich glaube, ich hatte keinen Livestream am Start, sondern habe nur Videos gemacht zum Serverstart. Server 7 hatte ich, glaube ich, auch keinen Livestream-Event, aber Server 6 hatte ich eins. Also es ist schon wieder viele Server her und zum Jubiläumserver werde ich, wenn ihr das wollt, einen Livestream an den Start bringen. Ich werde mir nicht viel dafür einfallen lassen, sage ich mal. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen den Serverstart zelebrieren, gern auch, bis der Server nun endlich da ist. Ein bisschen mit euch Games zocken, wie ihr wollt, CSGO oder einfach welche Minigames wie Hexball oder Draw My Thing oder sowas. Also könnt ihr gern frei entscheiden, ich bin da gern für Vorschläge offen. Es sollte dann auf jeden Fall am Dienstag früh losgehen. Wann genau, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, das kommt auf jeden Fall alles noch. Wenn ihr da Lust habt, also es liegt an euch, die Kriterien, damit ein Livestream stattfindet, sind relativ simpel. Einfach Daumen hoch hier auf dieses Video machen. Also ich würde sagen, wenn es bis zum Dienstag früh 10 Daumen hoch hat, dann findet der Livestream statt. Wann genau, wird euch dann natürlich noch mit einem Infovideo am morigen Tag bekannt gegeben. Ja, und dann findet der Livestream statt. Es wird wahrscheinlich, also ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr um 9, bzw. dass der Server zwischen 9 und 10 Uhr online gehen wird. Also würde der Server, also das Livestream ist, ich bin schon komplett am Verzwüfteln hier. Würde der Livestream dann um ungefähr 8 Uhr oder 8.30 Uhr starten. Und dann hätten wir genug Zeit, um uns ein bisschen zu unterhalten im Teamspeak, sei es im Twitch-Chat oder ihr seid auf jeden Fall alle eingeladen. Twitch-URL hat sich nicht geändert, twitch.tv.com.letzfabbel Genauso wie meine YouTube-URL, die ihr hier nochmal seht, youtube.com.letzfabbel Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wenn das stattfindet. Also gerne einen Daumen nach oben da lassen und wir werden uns am Dienstag sehen. Zu dem Livestream kommt dazu, dass ich Videos machen werde. Wie ich es zu Server 8 auch gemacht habe, werde ich Server-Start-Videos kreieren. Das heißt, jeden Tag wird ein Video kommen. Ich weiß nicht genau wie lange, also auf jeden Fall, bis das erste Team sein Vorausbau hat. Weil das ist immer so die Etappe, sag ich mal, wo man so ein Ziel hat und danach dümpelt es so ein bisschen dahin. Bis dahin wird es auf jeden Fall Videos jeden Tag geben. Und ich werde auch wegen den Turnieren mal ein bisschen schauen, wie lange ich das durchhalte mit jedem Tag ein Video. Das Gute ist, ich habe nächste Woche Urlaub. Das heißt, ich kann wirklich suchten, kann wirklich meine Ambitionen, die ich für Server 10 habe, perfekt umsetzen. Und mit euch zusammen den Jubiläum-Server zelebrieren. Ich kann es nicht oft genug sagen, es ist ein Jubiläum-Server. In welches Team ich gehe, wer ein bisschen im Forum umschaut, könnt ihr es vielleicht sogar schon sehen. Ich verrate es aber jetzt mal an dieser Stelle noch nicht. Wie gesagt, schaut ins Forum rein, guckt da die Teams für Server 10 durch. Und da stehe ich schon bei einem Team mit drin. Viel Auswahl gibt es ja leider nicht. Anscheinend gibt es doch nicht so viele ambitionierte Spieler, die nochmal alles geben wollen auf diesem, ich sage es schon zum tausendens Mal, Jubiläum-Server. Ja, und da werde ich dann auf jeden Fall am Start sein. Aber während des Livestreams wird auf jeden Fall nicht zu viel von meinem Jar auf Server 10 gezeigt. Das heißt, ich werde mich einloggen, ich werde die Booster machen und so weiter und so fort und werde Arbeit reinmachen. Denn meine Energie werde ich wahrscheinlich erst am Abend durchspielen aufgrund der Boni. Das habe ich schon mit dem Teamleiter abgesprochen und mit dem Team sowieso. Aber wir werden auf jeden Fall schauen, wie sich die Sache so entwickelt, wie die Heldenanzahl sich verändert, wie die ersten Helden im Erd gegeneinander kämpfen, wie die ersten Helden ihre Level machen, wie die Teams sich erstellen und so weiter und so fort. Das wird sich alles zeigen während des Livestreams, wenn einer stattfindet. Ja, und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da gemeinsam eine schöne Zeit haben. Ansonsten, was gibt es, jetzt habe ich noch nicht wirklich viel hier bei meinem Helden gezeigt, was gibt es Neues bei Hero Zero? An Updates gibt es nichts Neues, aber im Forum ist ein Threat, beziehungsweise zwei Threats erstellt worden, sogenannte Entwickler-Blogs, wo das Hero Zero Team ein neues Future von dem zukünftigen Hero Zero zeigen, nämlich das Liga-System. Es wird wahrscheinlich ein Liga-System kommen, wann genau, das steht wahrscheinlich noch in den Sternen, das wird wahrscheinlich noch Wochen dauern, vielleicht sogar Monate. Aber es wird ein Liga-System kommen. Wie das genau funktionieren soll, die ersten Einblicke zeigen die Entwickler-Blogs schon. Schaut einfach mal in den Forum vorbei, da findet ihr genauere Informationen. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und schaue mal, wie die Umsetzung dann im Endeffekt laufen wird. Wenn ihr euch jetzt fragt, sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus, die Aufnahme, klingt der Farbe, vielleicht wieder ein bisschen komisch. Es liegt daran, dass ich gerade ein paar Aufnahmeprogramme austeste. Ich war mit Camtasia in der Aufnahme, beziehungsweise in der Verbindung mit Audacity nicht mehr so zufrieden. Ihr habt ja gesehen, in meinen letzten Aufnahmen waren die Tonaufnahmen ziemlich eklig. Das hat an meinem neuen Headset gelegen, an meinem G930, das ist so ein Wireless-Headset von Logitech. Ist richtig cool, aber für die Aufnahme war es wahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Deswegen habe ich jetzt einfach mal gedacht, ich probiere die ganze Sache mal mit Open Broadcaster-Software. Ist kostenlos, rendert die Aufnahme direkt, man kann alles super einstellen und ist eigentlich das perfekte Programm. Eigentlich ist es für die Livestreams gedacht, bei Twitch oder bei anderen Seiten, aber man kann damit natürlich auch einzelne Aufnahmen machen, wie ich es jetzt gerade in diesem Moment mache. Und ich hoffe, dass es euch zusagt, dass es mir zusagt. Wir werden einfach mal sehen. Ansonsten, das Wochenturnier hat jetzt gerade wieder begonnen, es ist ja Sonntag. Es ist wirklich schlimm, ich habe jetzt 8 Tage durchgearbeitet, immer schön Frühdienst gehabt und da verliert man dann einfach irgendwann den Sinn für den Tag. Ich hätte niemals gedacht, dass es heute Sonntag ist, für mich war es heute irgendwie ein Tag in der Woche. Ich wollte heute einkaufen gehen und denke mir so, Hörbom, hat hier alles zu? Fehlgeschlagen, diese Mission. Ja, ansonsten, wie gesagt, bei Hirosea hat sich nichts verändert, keine Updates, nichts. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den Serverstart und hoffe natürlich, dass ich ihn mit euch zusammen feiern kann. Es ist der Jubiläum-Server, Leute. Wer online sein kann am Dienstag zum Serverstart, der kann gerne bei meinem Stream vorbeischauen, der kann auch gerne ins Teamspeak kommen. Teamspeak-Daten und so gibt es dann alle an diesem Tag und dann werden wir auch eine schöne Zeit gemeinsam verbringen. So, das war jetzt eigentlich alles Organisatorische, was es zu klären gibt. Nochmal als Info, ich hatte ja angekündigt, dass ich so ein Sondereinsatz-Video gemacht habe. Beziehungsweise, ich habe es schon voraufgenommen, das ist jetzt Server 6 by the way, kann ich euch mal meinen Chart zeigen. Ich hatte es schon voraufgenommen, musste aber die Tonspur noch machen. Das Problem ist, ich komme nicht dazu, das zu rendern und das ordentlich zu machen. Es wird irgendwann noch kommen, ich verspreche es euch. Das ist ein Video, wo es um die Sondereinsätze geht, wo ich mal meinen Ablauf, wie ich die Sondereinsätze hintereinander weg durchmache. Mit meinem Conti-Equip und das umziehen und so. Also, das wird auf jeden Fall noch kommen, aber ich kann euch nicht versprechen, wann. Ja, da sieht man dann halt, wie man die Sondereinsätze hier durchgeht. Hier schauen wir auch nochmal ins Wochenturnier. Boah, ich bin ja richtig gut dabei, Platz 13 war mein Team. Heldende Dämmerung, schön. Das freut mich sehr, dass wir da fast ein paar Donuts hätten abstauben können. Ja, wir haben natürlich wieder schön viele Trainingseinheit, Trophäen, finde ich auch ganz nice. Ja, es tut mir wirklich leid, dass nicht so viele Videos gekommen sind. Ich habe zur Zeit wirklich viel um die Ohren, wie ich schon gesagt habe und Hero Zero ist gerade wirklich eher so ein Nebending. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt Urlaub habe, dass der Server 10 kommt, dass ich mich da nochmal reinknien kann, dass ich da nochmal Spaß haben kann an Hero Zero. Und ich kann es euch schon vorab sagen, Server 10 wird mein letzter Server sein, wo ich Hero Zero unterstützen werde. Also, wo ich Hero Zero spielen werde. Auch aktiv. WLAN steht auch in den Sternen. Ich werde auf jeden Fall am Anfang alles geben, werde schön Donuts reinpuffern und versuchen natürlich oben mitzuspielen. Vor allem auch mit meinem Team, was ich natürlich auch sehr gerne unterstützen möchte. Und ja, dann wird es auf jeden Fall eine schöne Zeit und auch mit den Videos, wenn ihr mich da unterstützt, macht es natürlich noch mehr Spaß. Ja, ich würde sagen, für die letzten paar Minuten dieses Videos würde ich nochmal kurz in meine Nachrichten schauen, die sich schon wieder ein bisschen hier angehäuft haben. Erstmal die Anfragen hier erledigen. Das ist jetzt Server 5. Nicht, dass ihr euch wundert. Und dann schauen wir mal. Jeffy1 hat geschrieben. Lieber Schlübber, habe gerade dein Video gesehen auf YouTube. Ist cool. Super deine Videos. Du spornst mich an, immer weiter spielen. Und ich habe 10 YouTube-Ex und like deine Videos mit denen immer alle. Mach weiter so. Du bist der geilste. Ja, Jeffy, mein Freund. Ist zwar sehr nett, dass du meine YouTube-Videos alle likest, aber du musst es nicht mit 10 YouTube-Ex machen. Also ich lege jetzt nicht darauf Wert, dass jetzt eine Person mit 30 YouTube-Accounts meine Videos pusht, weil das bringt mir ja persönlich nichts. Da ist es mir lieber, wenn ich wirklich weiß, okay, es gibt jetzt 20 Leute, die mein Video wirklich cool finden und die den Daumen nach oben nehmen. Anstatt, dass es eine Person gibt, die dann 40 Likes gibt und ich denke mir so, ja, das sind 40 Leute, aber im Endeffekt war es nur eine. Also lass das mal in Zukunft bitte lieber. Mach es mit deinem Haupt-Account, gib einen Daumen nach oben, wenn mir dein Video gefallen hat und dann finde ich das spitze. Raleigh schreibt, mach weiter so, du bist cool. Mach weiter so mit den Videos. Dankeschön, Raleigh. Donutliebhaber schreibt, hallo Fabio, deine Videos sind cool. Sehr nett. Ronaldo hat eine Frage wegen S10. Moin Schlübber, spielst du nun eigentlich auf S10? Ja, ich hatte es ja lange angekündigt, dass ich sobald S10 da ist, nochmal ordentlich spielen werde und das wird auch geschehen auf Server 10. Ja, hier konnte ich mich anmelden für Server 10 halt, habe ich auch getan. Ich habe meinen Account-Name vorregistriert, damit den Namen niemand klauen kann, sage ich mal. Mir war es auch wichtig, dass ich wieder Schlübberstürmer heiße, weil Schlübberstürmer bin ich auf S5, bin ich auf S6, also soll es auf S10, auf meinem S6, sozusagen Abschlussserver, auch so sein. So, das ist eine Jugosymbolarik, die brauche ich nicht mehr. Donutliebhaber, hi Fabio, könntest du dich mal in YouTube zeigen? Ja, wenn ich wüsste, wie du da heißt, könnte ich das sicherlich mal tun. Simon einschreibt, hallo, bitte antworte mir. Ja, auf was soll ich denn dir antworten, mein Guter? Ach hier, hallo, ich bin dein größter Feen. Feen, haha, bitte schreib mir etwas, bitte antworte mir. Tempock schreibt, du machst geile Videos, mach einfach. Einfach weiter so, danke dir Tempock, richtig cooler Typ. Skinner, oh, du bist ein Seherknochen, du musst noch dreimal trainieren und deine Kondition zu verbessern, ich weiß. Hi Fabi, ich bin eigentlich kein Noob. Ich wollte gerne mal, dass du mich in deinem Video zeigst, habe ich soeben getan. Simon eins hat schon wieder Feen geschrieben, ich bin dein Feen. Feen, ey, das ist lustige Schreiweise. Jägerin, ich hab da mal eine Frage, spielst du auf Server 10, wenn da rauskommt, kannst du mal eine Facecam ein Video machen? Ja, ich spiele auf Server 10, wie ich in den ersten 10 Minuten dieses Videos gesagt habe. Und Facecam, hab ich mal Videos gehabt, könnte ich mal wieder machen, aber dazu bräuchte ich erstmal eine schöne Webcam, die das auch schön wiedergibt, was ich hier so vor meinem PC mache. Müssen wir mal schauen, ob das demnächst mal stattfinden kann. Tanki Zocker schreibt, hallo Let's Fabi, wie ich auch auf S6 geschrieben habe, mache ich mir auf jedem Server einen Eck wegen dir, weil du der beste YouTuber bist. Und falls ich in einer Aufnahme bin, dann an deine Zuschauer, lasst ein Like da. Dankeschön, ja, lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Das ist schön. Och bitte, Schlimmerstürmer, antwortet doch. Ich hab dir das gerade in dem Video gezeigt, also ist das eine Antwort von mir. Hallo Crafter HD, hallo. Hallo Crafter HD sagt hallo. Hallo, ich schaue auf deine Videos und bin dein größter Fan. Würde mich freuen, wenn du mich in einer Aufnahme erwähnen würdest. Habe ich soeben getan. Bitteschön. Hey Lolli, nee, der Lolli. Hi, du machst coole Videos. Dankeschön. Ja, das hat man ja gerade schon. Master Ninja schreibt hallo. Hallo. Ja, das war's. Hier sind noch ein paar Hero Zero Nachrichten, die brauch ich nicht wirklich, blabibblub. Dann sind noch ein paar interne Nachrichten, die ich natürlich auch nicht vorlesen werde. Ja, und dann gehen wir nochmal kurz auf S6, gucken, was da so abgeht. Da gibt's glaube ich noch mehr Nachrichten, aber da gibt's auch viele Team Nachrichten, weil es hier noch ordentlich abgeht. Gio Gio, S5, ähm, gucke ich das mal nicht rein. Chinky XD. Bitte komm auf S10, mein Team. Family Villa of Crazy. Hier der Link. Sag ja und ich füge dich zur Liste hinzu. MFG Chinky XT. PS plus Name. Nein, danke. Ich hab mein Team leider schon gefunden und es ist nicht Family Villa. Soweit kann ich euch sagen. Luciano 3 schreibt, du machst coole Videos. Videos mit W. Ich bin sieben Jahre alt und du bist der Beste. Ja, Luciano. Sieben Jahre und schon am Hero Zero Suchten. Bei dir läuft, würde ich sagen. Big Boss Milad, mach mal wieder Videos. Ich schau dir meinen Helden an, würde mich freuen. Absender Anzeigen. 255 und nackt. Kein Level, sondern Skillen. Ja, bei dir läuft. Ich würde mal noch ein paar Booster hier reinmachen. Sieht besser aus als solche, so eine Nuss. Und, genau, German Killer. Hey, let's fubbe. Ich weiß, dass du dein Team hast. Kannst du uns trotzdem beim Ausbau helfen? Lass mich kurz üben. Nein. Lama 21. Du machst echt coole Videos. Die anderen haben es nur noch nicht kapiert. Ja, so wird es aussehen. Gut. Ich würde mal sagen, das Video ist jetzt 15 Minuten lang. Ich jetzt den Rest hier noch vorlese. Mach ich lieber mal Schluss. Nicht, weil ich den Rest nicht gern vorlesen würde. Sondern, weil das Video sonst zu lang ist und es dann eh keiner mehr anguckt. Und ich weiß ja, Schlüpper-Maze sind nicht mehr so in Frage. Wir können aber gern jetzt die Woche, die kommt, während es 10 ist, gern mal so eine Schlüpper-Maze-Folge wieder machen. Aber zusätzlich noch zu der einen Folge, die ich eh pro Tag mache. Und ich würde da mal so sagen, dass jeder, der möchte, mir gern mal so seine Hero Zero-Geschichte. Also, wie hat es bei ihm mit Hero Zero angefangen? Wie findet er mittlerweile den Stand von Hero Zero? Wie fand er die Entwicklung? Wie war seine Entwicklung? In welchen Servern war er aktiv und so? Also, seine Jubiläums-Geschichte zu Hero Zero. Die würde ich gern mal wissen. Und die könnt ihr mir gern per privaten Nachricht dann auf Server 10 schicken. Bitte nur auf Server 10. Ich heiße dort dann Schlüpper-Stürmer. Das heißt, ihr könnt die jetzt schon mal vorschreiben, wenn ihr wollt und dann mir auf S10 einfach schicken. Als private Nachricht, am besten als Betreff-Jubiläums-Geschichte oder Jubiläum oder sowas. Und dann lese ich mir die gern durch. Und die besten Geschichten werde ich auch mit in ein Let's Play packen und sie dann dort live vorlesen. Ich freue mich auf jeden Fall ganz doll auf Dienstag. Hoffe, es sind viele von euch dabei. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Schlüpper-Stürmer. Bidubidubidum.